Hallo allerseits. Ihr seid wieder mit dabei bei einem neuen Waldvideo von mir. Beim letzten waren wir ja ein wenig fündig geworden. Jetzt hoffen wir, dass wir wieder etwas schönes aus der Römerzeit finden. Wir haben ein neues Areal gefunden, was wir absuchen werden. Wir werden jetzt natürlich erstmal alles zusammenbauen und dann werden wir uns bei euch wieder melden. Ja, vorab möchte ich meinen Sponsor Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de begrüßen. Meine kompletten Fans oder Abonnenten. Ja, vorab werde ich euch sagen, was ich für eine Kombination heute nutze. Ich habe wieder meinen Deus dabei mit der 22,5 x 35 Spule. Da wir hier viel Unterholz haben, ist das wohl die beste Wahl heute und ich werde euch gleich bei den Einstellungen dazu holen. Also bis gleich. Also ich habe den Deus angemacht. Ihr seid jetzt bei den Einstellungen mit dabei. Wir werden jetzt die Einstellung vornehmen. So, ich habe mein Spezialprogramm wieder für den Wald. So und jetzt werden wir erstmal auf die Einstellungen unter Menü. So, der Disc steht bei mir auf 2.0. Expert ist der Dreiton. Sense auf 90. Den schalte ich jetzt hoch auf 96 hier in dem Waldstück. Auf Expert habe ich Lendeleistung 2. Frequenz noch momentan auf 7,7. Da gehe ich aber runter auf 3,7 über die Expert Einstellung. Eisenlautstärke auf 1. Deswegen, für die Leute, die meine Videos noch nicht alle gesehen haben, ist deswegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein kleines Eisenteil neben einem kleinen Buntmetall habt, könnte es passieren, dass das Eisen das Buntmetall übermaskiert. So, deswegen immer auf 1. So, dann die Reaktionszeit auf 2. Expert habe ich auf 0. Dann Audio Response habe ich auf 4. Expert Audio Setting auf 1. Den Notch habe ich von 0 bis 6, weil ich den Disc auf 2 habe. Und der Notch, der übernimmt dann beispielsweise die Disc Funktion. Aber dadurch raubt er mir keine Tiefe. So, das haben wir. Jetzt gehen wir natürlich auf die Ground Balance. Gehen auf Pumpen. Seht immer zu, wenn er pumpt, dass die Spule gleichmäßig zum Boden von 30 cm bis kurz 1 cm vom Boden geführt wird. So, wir haben hier jetzt eine Ground Balance von 84 cm. Jetzt gehe ich unter Expert, weil wir hier auch wieder einen mineralisierten Boden haben. Die gehe ich jetzt runter über den Boden Notch von 90 auf 85 cm. So, das sind jetzt meine Einstellungen. So, und ich werde mich gleich bei dem ersten Pfundsignal bei euch wieder melden. Also bis gleich. So, da bin ich beim ersten Signal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist von 89 auf 90 geht das. Ich hoffe mal, dass es nicht direkt eine Patronenhülse ist, aber na gut, das ist das erste Signal. Okay, jetzt hier an der Ecke. Wir sind hier ein Stück im Zannenwald und da ist es natürlich immer sehr wurzelig. So, wir haben ihn draußen. So, ich muss auch gleich schon den Akku wechseln, der ist schon wieder leer. Ja, aber das stimmt mit meinem Akku nicht. Ich hoffe mal, dass das jetzt noch für die Einstellung reicht. Tatsächlich, den ersten Sistatzen habe ich. Tive Titanien. Erste Signal, erstes Sistatzen. Ich hoffe, ihr könnt das noch sehen. Tatsächlich. Erste Signal, Sistatzen. Ja, kann zu gucken. So, Leute, ihr habt es jetzt gesehen. Erste Signal, Sistatzen. So kann es weitergehen. Ich hoffe, dass das aber meistens ist es immer so. Erstes tolle Pfund und dann kommt nur noch Schrott. Okay, dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Hatte wieder ein Signal. Merkte aber nicht, dass mir die Kamera anging und ausging. Jetzt habe ich das Loch hier geraten und merkte erst jetzt, dass die Kamera nicht funktioniert. Jetzt habe ich einen neuen Akku drin. Ihr seid beim zweiten Signal mit dabei. Ich hoffe, dass man das Loch sehen kann. Ist jetzt ein kleines Signal gewesen. Ja, kann man jetzt sehen. Ja, ne? Ja, hier. Da ist ein Loch drin. Gucken, wo es ist. Na, wo haben wir es. Ach, da. Hasch. Ne, keine Münze. Also ist ein Knopf. So, ihr seht das. Ja, jetzt hoffe ich, dass der Akku jetzt ein bisschen länger hält. Ja, der letzte war wohl scheinbar niedrig geladen gewesen. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis gleich. So, hier haben wir das nächste Signal. Das ist ein springendes Signal. Es geht hoch bis 96. So, das ist tiefer. Ich werde jetzt erstmal den Detektor beiseite legen lassen. Das ist also kein konstantes Signal. Könnte natürlich heißen sein. Und wie gesagt, hier in dem Tannenwald immer an den Wurzeln. Ja, ist meistens da, wo nie einer normal suchen würde. Ah, jetzt knickt die Kamera weg. Verzeiht es mir. Ihr seid ja am Spaß mit dran. So, gucken wir erstmal, ob es noch im Loch ist. Ist noch drin, aber tiefer. So. Ich stelle euch mal dazu. Und dann gucken wir mal. Ah, das ist sehr viel tiefer. Okay, ich grabe weiter und hole euch gleich mit dazu. Ich stelle so lange die Kamera auf Stopp. Weil jetzt muss ich erstmal das Loch größer machen. Und mir knickt ja immer die Kamera wieder weg. Also bis gleich. Das Loch ist jetzt ziemlich groß. Ich bin schon ziemlich dran. Ihr könnt das hoffentlich hören vom Pinpointer. Hier unter der Wurzel in der Ecke. Ja, oder? Doch, da ist es. Reingreifen in das Loch und auf. Okay, das ist in der Hand. In der Hand. Na, Splitter. Rausgefallen. Da. Und der Nächste ist das. Oder Ass. Oder wie auch immer. Ja, unter der Wurzel. Okay. Ja, aber hier schon abgebröselt. Ob das jetzt durch mich passiert ist, weiß ich nicht. Oder ob das jetzt hier. Wir sind ja hier im Tannenwald. Saurer Boden ist. Ja, wie gesagt. Die nächste Römermenze. Okay. Dann sehen wir uns bis gleich wieder. Aber ihr könnt jetzt mal sehen. Guckt mal. Der Pinpointer ist komplett drin. Und noch ein Stück. Also gut 30 Zentimeter tief. Und das mit der 22,5. Also da wisst ihr, dass ihr auch mit der 22,5 Tiefe Objekte findet. Also bis gleich. So, hier ein weiteres Signal. Ich habe schon angefangen zu graben. Ich hoffe, ihr könnt hören. Noch ohne Leitwert. Aber tiefer. Ich stelle mal gerade den Detektor beiseite. Und dann graben wir erst mal das Loch. Aber tiefer. Zwischen den Wurzeln hängt das wieder. Wieder an einer Tanne. Aber tiefer. So. 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 Jetzt haben wir tiefer. Kontrollieren wir es nochmal an. Immer noch im Loch. So. Jetzt sind wir im Pinpointer. Mal gucken wir mal, wo unten etwa liegt. Ich kann es noch nicht mit dem Pinpointer detektieren. Nein. Mal gucken. Mal gucken. Also. in der Ecke. Mal gucken. Jetzt hoffen wir mal, dass kein Eisen ist. Okay. Ihr seid mit dabei. Wir graben jetzt die letzten Zentimeter zusammen. Ich habe mein Messer vergessen oder das Grabungsmesser. Ich habe zwar ein anderes Messer dabei, aber ich glaube damit komme ich nicht so tief rein. Erstmal rufen die Mist raus und den Rest mit der Hand, wenn das gilt. So, ich bin voll dran. Es ist jetzt Eisen, es ist nicht Eisen. Okay, ich werde mal mein Stiefelmesser nehmen und damit weiter graben. Wie es ausschaut, ist es ein Eisenteil. Das ist ein Eisenteil. Das ist ein Eisenteil. Ja, ein großer, guckt mal an, ein großer, römischer Eisennahl mit Kopf. Okay, dann bis gleich zum nächsten Pfund. Hier habe ich die Erde oder ich sag mal das obere Laub und den ganzen Humus, der da oben im Tannenwald ist abgetragen. Hier habe ich ein 90er Signal. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hoffentlich hören. Ihr seid mit dabei, ich grabe mal wieder. Ja, ist noch drin. Ich muss mich mal drehen. So, jetzt nehmen wir meinen Pinpointer und schon wieder die Kamera, schon wieder auf Lea gleich. Ich weiß nicht, was mit meinen Akkus los ist, aber die halten nicht mehr lange. Also da drin, ich hoffe, dass ihr es noch seht, bevor ich die Kamera abschalte. Ich muss den nächsten Akku, den dritten Akku schon reintun. Na, wo ist es? Das ist draußen, oder? Ja, hier liegt es. Ach ja, wieder was von so einem Zünder oder irgendwie vom WK2-Teil. Also hier der Alufraß, was da über von bleibt. Das korridierte Zeug, das zeige ich natürlich auch immer gut an. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Pfund wieder. Hoffentlich hält noch der Akku, bis dann. Bis dann. So, hier habe ich ein bisschen Erde weggemacht. Hier haben wir wieder ein 85er-Signal. So, ihr seid wieder mit dabei. Hier ist extrem viel Tanne drüber. Ihr seht ja, erst dann kommt die Erde. So, wollen wir mal gucken, was wir haben. Ist noch drin. So, ein bisschen tiefer. So, draußen haben wir es. Oder? Ja, in der Ecke da dran. Oh, mein Akku geht gleich aus. Ich hoffe, dass ich hoffe, dass das noch hält. Und dass wir das haben. Ja, wieder wie eben. Wieder von den Brandstabbomben, die, ja, ich sag mal, das was da über von bleibt. Oder wenn das komplett sich zerlegt, das Teil. Ja, okay. Dann bis zum nächsten. So, da bin ich wieder. Hier haben wir ein 92er-Signal. 91,92. So, hier seid ihr mit dabei. Das ist noch drin. Das ist draußen, hier vorne im Aushub. So, ich glaube, ich sehe jetzt schon, wird wieder ein Splitter sein, oder? Hier haben wir es doch, oder? Ja. Diesmal ist es ein Führungsring-Splitter. Okay, dann bis zum nächsten. So, hier ist das nächste Signal. Ein 94. Ich hoffe, ihr hört es. Werkt auch unter einer Wurzel. Ach, er geht mich nicht. Noch im Boden drin, was tiefer. So, da liegt es schon draußen. Wir gucken nach. So. Ach, Mann. Ein bisschen weiter weg. Also hier liegt das Bein. Und ich glaube eher die nächste Römermünze. Oder? Ist das überhaupt eine? Ja. Ein Großvalli. Okay. Dann bis zum nächsten Grund. So, da bin ich noch mal. Nein, musste ich korrigieren. Hatte erst gedacht, wäre ein Volli. Aber es wird so eine aus dem 18. Jahrhundert sein. So wie so ein Stüber. Ich habe jetzt hier gerade gesehen, ihr habt, dass es das nicht ist. So, das wollte ich euch nur noch. So, da meine Kamera ein Geist aufgegeben hat. Alles leer ist. Muss ich leider jetzt zum Videoschluss kommen. Hier ist noch mein letztes Signal. Hier ist noch mal ein schöner römischer Ziegel. So, hier. Ihr seid mit dabei. Ich grabe mal. Das ist auch nicht tief. Seid hier vorne an. Ah, das ist schwierig jetzt mit der Handkamera zu graben. So tief ist es nicht. Spaten daneben gestellt. Darüber geschwenkt. Und dann sehen wir das. Na, in dem Haufen hier. Na? Wo ist es denn jetzt? War doch ein schönes Signal gewesen. Vielleicht hier in dem Haufen drin. Ja? Oder am Spaten selber. Ach, ich glaube es nicht. Es klebt am Spaten dran. Ich glaube es ist eine Münze. Also wir legen mal das Ganze um. Und da können wir es sehen. Das ist eine Münze. Ach, ey. An der Erde dran. Ja. Hier ist es. Hier ist es. So. Das Ganze hat jetzt ein Ende. Leider kann ich euch nicht mehr zeigen. Meine Akkus, die sind schon mal alle kaputt. Ich muss mir neue Akkus holen. War schade. Hier wäre es vielleicht interessant gewesen. Aber vielleicht komme ich hier nochmal mit dem Deus 2 hin. Den ich jetzt in den nächsten Tagen erhalten werde. Ja, ansonsten hat das Video ein Ende. Ich bedanke mich nochmal an meinen Sponsor. Jochen Reifenrath von www.amteuer-schatzsuche.de Ich bedanke mich nochmal bei allen Leuten, die mich abonniert haben. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Ist heute mal ein kurzes Video. Ich hoffe aber trotzdem, dass es euch dann gefallen wird. Mit den paar Funden. Ja, wir sehen uns dann wieder bei einem neuen Video von mir. Dann mit hoffentlich neuen Akkus. Ansonsten, wie gesagt, bis demnächst. Euer Markus. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.